Was tun bei Altersdepressionen? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Man kann in jedem Alter eine Depression entwickeln, aber mit zunehmenden Lebensjahren nimmt das Risiko zu. Diese sogenannte Altersdepression hat viele Ursachen und wir sprechen jetzt über die Möglichkeiten einer Therapie. Bei mir ist Dr. Christiane Walter, sie ist Chefärztin der Alterspsychiatrie am Asklepios-Fachklinikum Göttingen. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Walter. Vielen Dank. Altersdepressionen. Warum werden Menschen im Alter depressiv? Im Alter gilt es, die Herausforderungen der dritten Lebensphase zu bewältigen, auf die viele nicht wirklich vorbereitet sind. Also zum einen kommt es häufig zum Verlust der sozialen Rolle im Zusammenhang mit Pensionierung. Zum anderen gilt es, neue Herausforderungen und Aufgaben zu bewältigen. Zum Beispiel, dass beide Partner plötzlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche Zeit miteinander verbringen müssen. Es kommt dann hinzu, dass es doch zunehmend auch Gebrechlichkeit gibt und manchmal auch die geistige Leistungsfähigkeit nachlässt. Und man dementsprechend auch eingeschränkt ist, zurückgeworfen auf das häusliche Umfeld, Zeit hat zum Nachdenken. Und ja, es ist eigentlich was ganz anderes dann in der Lebensphase. Woran merkt man denn, dass man depressiv ist? Also die Symptome einer Depression sind bei älteren Menschen die gleichen wie bei jüngeren. Die Stimmung ist gedrückt, der Antrieb in der Regel reduziert. Manchmal kommt es auch zu einer Antriebssteigerung, wenn eine starke Angstsymptomatik zusätzlich besteht. Und es liegt eigentlich immer an Freudlosigkeit vor und Interessenverlust. Und bei älteren Menschen sind die Symptome insgesamt unspezifisch, weil das, was ich eben geschildert habe, auch Folge von bestimmten körperlichen Erkrankungen sein kann. Also zum Beispiel Herzinsuffizienz, Schilddrüsenunterfunktionen, Morbus Parkinson, auch Krebserkrankungen, chronische Infektionen. Die können eine ähnliche Symptomatik machen. Das heißt, man muss bei älteren Menschen dann auch abklären, ob diese körperlichen Ursachen im Hintergrund stehen. Ja, wie kommen denn die Patienten überhaupt zu Ihnen? Wenden die sich direkt an einen Psychiater? Die Patienten kommen zumeist über eine hausärztliche Zuweisung. Der Hausarzt ist oft seit Jahrzehnten eine wichtige Bezugsperson. Und dort wendet man sich dann hin und die Patienten klagen da oft über körperliche Beschwerden, also Apathie, Appetitverlust, Schlaflosigkeit, chronische Schmerzen. Weil häufig eine Hemmschwelle besteht, sich an einen Nervenarzt oder Psychiater zu wenden. Und oft werden diese Symptome auch Depressivität als Schwäche erlebt. Und dann wird es oft im Körperlichen sozusagen ausagiert und vorgetragen. Man nennt das auch somatisierte oder lavierte Depression. Deshalb ist es wichtig, dass die Hausärzte und Allgemeinmediziner auch ein offenes Ohr haben und gegebenenfalls nachfragen, ob da vielleicht eine Depression im Hintergrund steht. Ja, kommen die denn dann mit einer Überweisung zu Ihnen? Also sagt der Hausarzt, wenden Sie sich mal an? Genau, der Hausarzt schlägt dann vor, sich ambulant oder stationär an uns zu wenden, meistens dann an den niedergelassenen Facharzt. Und der schickt dann weiter zu uns oder direkt zu uns in die Klinik. Aber häufig läuft der Erstkontakt wirklich über den Hausarzt, der da auch beratend dann tätig ist. Ja, und was können Sie dann tun? Also wenn man zu Ihnen käme und sagen würde, ich habe erkannt, es muss eine Depression sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Können Sie mir helfen? Was würden Sie tun? Wir würden erst eine diagnostische Abklärung machen, wie ich schon anfangs berichtet hatte. Es können ja auch körperliche Erkrankungen hinter dieser Symptomatik stehen. Wenn das dann ausgeschlossen ist und auch testpsychologisch und durch Gespräche und psychopathologische Befunderhebung die Depression gesichert ist, würden wir einen Therapieplan mit dem Patienten besprechen. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Zum einen eine antidepressive medikamentöse Behandlung. Das wird dann angepasst der jeweiligen Symptomatik, ob es mit Antriebsminderung oder mit Antriebssteigerung ist. Und wir suchen dann die Medikamente heraus, die vom Nebenwirkungsprofil für den Patienten geeignet sind. Also wer zum Beispiel eine Nierenfunktionsstörung hat, dem würden wir ein Präparat verordnen, was primär über die Leber verstoffwechselt wird, zum Beispiel. Aha. Das heißt also, man muss ja noch mal darauf achten, dass der Körper zu unterschiedlichen Altersstufen unterschiedlich verstoffwechselt. Wobei, ich frage mich gerade, was heißt eigentlich Alter in diesem Fall? Also von welchem Alter reden wir denn überhaupt? Also alt ist man, wie das jetzt sozusagen die einheitliche Definition ist, der ältere Patient ist, der älter ist als 65 und hochbetagt ist dann, das sind Menschen, die älter sind als 85 Jahre. Aber der Alterungsprozess ist wirklich hoch individuell. Also wir haben Menschen, die noch mit Mitte 70 selbstständig in Betrieb leiten, die fit sind, sportlich sind und Personen, die Anfang 60 oder Ende 50 sind und schon gebrechlich sind. Also das ist ganz unterschiedlich. Das hängt ab von der genetischen Ausstattung und auch vom Lebensstil, muss man halt sagen. Ja, ich wollte ja auch raus vor allem auf diese Probleme mit Niere und Leber, also dass man auch da ja dann schon ab Anfang, Mitte 60 darauf achten muss. Genau, also Niere und Leber schränken ihre Funktionen also ab, ich glaube sogar ab Mitte 50 jedes Jahr ein bisschen ein. Also es sind ja die beiden Organe, die im Wesentlichen entgiften und die Filtrationsrate der Niere und auch sonst die Entgiftungsfunktion der Leber, das wird immer etwas weniger. Das heißt, die Medikamente werden langsamer verstoffwechselt, langsamer ausgeschieden. Aber das haben wir ganz gut im Griff. Wir können wissen, wie das pharmakokinetisch ist, da muss man eben niedriger dosieren oder die Dosisintervalle verlängern, aber das kann man schon berücksichtigen. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es erstmal darum geht herauszufinden, ob es sich wirklich um eine Depression handelt. Wir haben über Medikamente gesprochen, aber es gibt ja noch andere Therapien. Genau, also die psychopharmakologische Behandlung ist nur ein Standbein und wir haben auch Patienten, die sagen, das möchte ich auf keinen Fall. Das ist dann auch in Ordnung. Also Sie müssen, wenn Sie zu uns kommen in die Klinik, Sie müssen nicht unbedingt, das ist nicht damit verbunden, dass Sie Pillen schlucken müssen. Wir haben auch Patienten, die sagen, das wollen wir nicht. Das andere Standbein ist die Psychotherapie. Die ist auch angepasst an die Bedürfnisse dieses Lebensabschnitts. Im Wesentlichen ist das die Schule der kognitiven Verhaltenstherapie. Bei älteren Menschen gibt es noch die Lebensrückblickstherapie, wo die Biografie aufgearbeitet wird. Und da wird dann geschaut, gibt es traumatisierende Ereignisse in der Biografie, die in die ganze Lebensgeschichte nicht richtig integriert sind, die so abgespalten sind, weil man nicht hingucken wollte oder konnte, dass wir das dann nochmal aufarbeiten mit den Patienten. Da geht es eigentlich um eine Umbewertung, eine Neubewertung von schwierigen Lebenserfahrungen. Und gibt es auch Therapien, die mir so Bewältigungswege zeigen, also dass ich rauskomme aus Gedankenschleifen durch etwas tun zum Beispiel oder durch mich ablenken? Genau, also das, wie gesagt, die Psychotherapie. Jeder Patient bekommt einen Wochenplan. Da sind also einzelne Psychotherapiegespräche und Gesprächsgruppen drin mit Psycho-Edukation, Depressionsbewältigungsgruppe. Aber wir haben sonst ja ein multiprofessionelles Team. Wir haben die Physiotherapie, Ergotherapie, Achtsamkeit in der Gärtnerei bei uns, Achtsamkeitsübungen. Es gibt den Kulturnachmittag, der auch sehr gut angenommen wird, weil viele gar nicht mehr gewohnt sind, irgendwo hinzugehen. Auch nach Tod des Partners, wenn man immer nur zu zweit unterwegs war und steht dann plötzlich allein da, dann ziehen die sich oft vollkommen zurück, die Betroffenen. Und die dann einfach in der Klinik lernen durch solche auch sozialen Aktivitäten, dass es Spaß machen kann, auch alleine oder mit einer Freundin nochmal irgendwas zu unternehmen. Also das ist ein sehr multimodales Therapiekonzept. Ist denn das, werde ich das stationär aufgenommen? Sie können stationär aufgenommen werden in die Klinik. Das ist dann ganz normal, dann wie in einem anderen Krankenhaus auch. Wir haben aber auch eine teilstationäre tagesklinische Behandlung. Da werden Sie morgens zu Hause mit dem Taxi abgeholt, sind dann tagsüber bei uns um 16 Uhr wieder nach Hause gefahren. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse. Da ist man dann nachmittags, abends, nachts und am Wochenende in seinen eigenen vier Wänden. Und es gibt seit einigen Jahren jetzt auch die Möglichkeit der Stationsäquivalentenbehandlung. Das ist formal eine Krankenhausbehandlung. Nur der Patient ist nicht im Krankenhaus, sondern zu Hause in seinen eigenen vier Wänden. Und das Klinikteam kommt zum Patienten. Der Patient wird also täglich aufgesucht von einem Mitarbeiter des Klinikteams. Wollen das nicht alle? Nicht alle. Also es gibt Menschen, für die ist das alternativlos, die sagen, mein Partner ist kränklich, wir sind seit 30 Jahren zusammen und er kommt nicht damit klar, wenn ich jetzt vier oder sechs Wochen in der Klinik bin oder die ihr Haustier nicht alleine lassen wollen, was dann nicht versorgt ist. Die sagen, ich kann nicht in die Klinik, aber wenn ihr zu uns, zu mir kommt, darauf kann ich mich einlassen. Es gibt aber auch Patienten, die sehr davon profitieren, aus dem häuslichen Milieu rauszukommen. Für die ist natürlich eine Klinikbehandlung besser, die bei uns dann sozusagen Hotelservice, Patientengemeinschaft haben und die Gruppentherapien. Also man muss gucken. Das Gute ist, dass wir im Moment mit dem Konzept, wie es an meiner Klinik läuft, eigentlich für jeden mit einer Depression ein Angebot machen können. Wir haben passgenau die richtige Behandlungsform und sie können auch wechseln. Also manche sind skeptisch, die nie Kontakt hatten mit einer psychiatrischen Einrichtung, die sagen also, ich möchte nicht in die Klapsmühle oder so. Aber wenn sie anfangen mit der stationsequivalenten Behandlung und dann feststellen, dass die Leute, die sie da täglich besuchen, ganz nett und hilfreich sind, dann sagen die irgendwann, okay, gut, ich möchte jetzt eigentlich doch eine vollstationäre Behandlung in der Klinik, weil ich gerne auch die anderen Therapien mitnutzen möchte und die wechseln dann. Oder wer in der Klinik gewesen ist, den wir dann am Schluss noch für ein, zwei Wochen in die stationsequivalente Behandlung nehmen, um zu gucken, ob was wir entwickelt haben auch im häuslichen Umfeld funktioniert. Vielleicht braucht er da weniger Arznei, vielleicht braucht er mehr, vielleicht braucht er noch eine Haushaltshilfe, was uns da in der Klinik gar nicht so aufgefallen ist, weil da eben alles abgenommen wird. Also das ist eigentlich eine gute Sache. Muss ich bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit Sie zu mir nach Hause kommen? Es muss die Möglichkeit gegeben sein, ein Vier-Augen-Gespräch zu führen, also es muss ein privater Raum vorhanden sein. Die im Haushalt lebenden anderen Erwachsenen müssen damit einverstanden sein, dass da täglich jemand Fremdes vorbeikommt. Es dürfen keine schweren körperlichen Erkrankungen vorliegen, also wenn jemand zum Beispiel mehrfach am Tag Infusionen oder sowas braucht. Das können wir halt natürlich nicht leisten, weil wir nur einmal am Tag kommen und nicht permanent kranke Schwestern, also Pflegepersonal da ist. Und eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung darf auch nicht vorliegen. Also wenn jemand sein Verhalten gar nicht steuern kann oder weglaufgefährdet ist, also Demenzpatienten könnte man auch so behandeln, aber wenn die dann weglaufgefährdet sind, das ist dann zu riskant. Aber für alle anderen kommt es in Frage. Für alle anderen, also im Grunde für jeden, der sonst auf eine offene, auch psychotherapeutisch arbeitende Station kommt, kommt es in Frage. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund! Und wir sehen uns wieder auf! Untertitelung des ZDF, 2020